Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Business Date. Heute mit Berti Kropat, dem Geschäftsführer, Kameramann und Regisseur von der Werbefilmproduktionsfirma Kropat Media GmbH. Hallo. Wir wollen über das Geschäft reden, aber bevor wir über das Geschäft reden, reden wir erstmal über dich Berti. Wer bist du? Okay, ich bin Berti Kropatsch. Eigentlich heiße ich Bertram, aber von klein auf hat mich immer jeder Berti genannt. Und ich fand Bertram auch immer ganz schlimm. Ich habe das nie verstanden. Ich habe auch meine Mama immer gefragt, wie kann man so ein kleines Kind Bertram taufen? Aber das führt viel zu weit. Ich bin Papa von vier Kindern und ja, ich lebe eigentlich meinen Traum. Ich mache Filme. Ich bin Filmemacher, seit ich denken kann. Und das ist das, was ich schon von klein auf wollte. Du bist dann von klein auf irgendwann ein bisschen größer geworden und hast dich für Filme interessiert offensichtlich. Wann hast du denn das erste Mal eine Kamera in die Hand genommen? Also eine Kamera in die Hand genommen habe ich wirklich ganz früh. Das war so ungefähr mit drei, vier Jahren. Da habe ich so einen kaputten Spiegelreflex gehabt von meinem Opa. Und mit der habe ich es geliebt, draußen im Garten. Ich bin ja sehr ländlich aufgewachsen. In Österreich bin ich aufgewachsen. Und ich habe es geliebt, mit dieser Kamera irgendwie durch den Garten zu gehen, zu robben und dann mir da alles Mögliche anzuschauen durch den Sucher. Und dann konnte ich das irgendwie scharf stellen. Ich habe dann früh schon erkannt, okay, wenn ich die Blume scharf stelle, dann ist die Mama im Hintergrund unscharf. Und ich wollte so gerne das, was ich da durch den Sucher sehe, irgendwie so festhalten. Und das war so mein Traum. Und da habe ich eigentlich Filme machen für mich erfunden und habe erst ein paar Jahre später das dann realisiert, weil wir hatten damals noch gar keinen Fernseher. Also ich bin erst mal die ersten Jahre ohne Fernseher aufgewachsen, aber mit ganz vielen Geschichten. Von meinem Opa, also dem Papa meiner Mama, der hat immer ganz viele Geschichten erzählt. Und das fand ich großartig. Und irgendwie wollte ich dann als Kind das schon verbinden, dass man diese mit dem kaputten Foto gesehenen Sachen, dass ich das irgendwie festhalten kann. Aber meine Eltern hatten nur so eine kleine 8mm Filmkamera und da hieß es immer, das Filmmaterial ist total teuer und da darf man nicht damit rumspielen. Also habe ich mit dieser Filmkamera, mit dieser 8mm Kodak, habe ich immer nur so getan, als würde ich filmen. Also wieder durchgeschaut, aber nicht wirklich was gefilmt. Bis dann endlich mein Onkel, also der Bruder von meinem Vater, der hatte die erste Videokamera in der Familie. Das war so eine VHS-C, das war quasi das kleine Format von VHS-Kassetten, für so eine Videokamera hatte die. Und das war so, boah, das war so die absolute Erfüllung für mich. Und wir haben dann mit dieser Kamera, da war ich 8 Jahre alt, den ersten Film gedreht. Ich durfte Regie machen und genau sagen, was wir tun. Und wir haben dann so eine kleine Geschichte, ich glaube, die war so ein bisschen angelehnt an 5 Freunde, mit meiner Cousine, meinem Cousin gedreht. Das war mein erster Film. Ab da wusste ich, ich will nie, nie was anderes machen. Und ist der Film irgendwo archiviert? Der Film ist archiviert, ja. Ich habe den, ich habe nur, ich brauche mal so einen VHS-C-Adapter, dann kann ich den umspielen. Ja, das war mein erster Film. Und dann ging es weiter, dann war es aber so, also meine Eltern haben trotzdem, obwohl sie gesehen haben, dass ich das total toll finde, keine Videokamera erst mal gekauft. Und ja, ich habe mir aber immer eine gewünscht, also bin ich dann auch in so Videogruppen gegangen, wo man dann gemeinschaftlich versucht hat, meistens zu sozialkritischen Themen Videos zu machen. Und das fand ich schon gut, aber es ging mir immer alles viel zu langsam. Es waren so viele Leute und da musste man sich immer untereinander absprechen und dann sollte jeder mal an die Kamera und ich, ja, das war immer sehr mühsam. Und ich habe dann festgestellt, wenn ich das machen will, muss ich auch irgendwie versuchen, schon Geld damit zu verdienen. Deswegen war dieser Wunsch, Filme zu machen, auch von klein auf damit verbunden, mit dieser Art und Weise auch Geld zu verdienen. Und das hat dann, das hat dann auch relativ früh geklappt. Also ich war 14, 15, da habe ich das erste Mal, weil es sich irgendwie rumgesprochen hat, ja, der Buer macht so gern Filme, habe ich dann den ersten Auftrag gehabt und durfte dann für eine Metzgerei den Metzger filmen, wie er den Leberkast herstellt. Weil er war sehr stolz, dass er das selber macht, dass er das nicht einkauft und dass da nur beste Zutaten drin vorkommen. Und seitdem weiß ich auch, was alles in so einem Leberkast drin ist. Und das habe ich gedreht und der lief dann wirklich, der war so stolz, der Metzger, der hatte dann, ich glaube, 10, 15 Jahre in seiner Metzgerei mit so einem kleinen Videorekorder, der auf Loop stand. Irgendwann war dieses VHS-Tape schon so abgenudelt, dass es nur noch Streifen hatte, aber der lief dann in der Metzgerei. Und da habe ich dann mein erstes Geld dafür bekommen. Und das war großartig. Toll, also das heißt, du hast halt eigentlich schon sehr früh angefangen, als Kameramann nicht nur in Bildern zu denken, sondern auch unternehmerisch zu ticken. Auf jeden Fall. Und es ging dann auch weiter. Das nächste war dann, durch Zufall kam ich dazu, Modenschauen zu filmen. Also die Modehäuser haben damals regelmäßig so Modenschauen veranstaltet. Und dann habe ich das einfach mal angeboten. Ich könnte das ja fitmen. Und das hat sofort eingeschlagen. Weil die wollten das natürlich nicht nur einmal dann aufführen, sondern die fanden es super, wenn sie das dann nachher noch im Schaufenster laufen lassen konnten. Und so ging es weiter. So ging es immer weiter. Und ich bin halt auch sehr neugierig. Und das kommt dir in dem Beruf natürlich auch zugute. Du kannst dich ja temporär, wenn du einen Film machst, total tief in ein Thema einarbeiten. Und das ist auch was, was mir ja nach wie vor total gut gefällt. Ich glaube, ich könnte jetzt nicht, ich finde Dinosaurier total spannend, aber jetzt mein ganzes Leben lang mich nur mit Dinosauriern zu beschäftigen, würde ich langweilig finden. Beim Film ist es so, es ist immer was anderes. Es sind zwar oft sind es mal verwandte Sachen, dass wir zum Beispiel, wenn man jetzt viel Autowerbung dreht, dann sind es oft Autos. Aber halt auch immer wieder anders. Jetzt haben wir Elektromobilität und autonomes Fahren und solche Sachen. Es ist halt immer wieder was, in was man sich eindenken, einarbeiten kann. Und das kommt meinem Hirn, das immer was Neues haben will, doch sehr zugute. Also du hast dich schon im Kindesalter für das Filmemachen interessiert. Dann, vor Ort, dich das richtig als Jugendlicher schon deinen ersten bezahlten Auftrag mit der Metzgerei gehabt? Genau. Wann war das? Wie alt warst du da? Ja, 15 oder so. Es war jedenfalls, als ich 16 war, hat der Steuerberater, das war ein Freund der Familie, hat zu meiner Mama gesagt, also das geht jetzt nicht mehr. Wir müssen das jetzt als Gewerbe anmelden. Das kann man jetzt nicht mehr als Ferienarbeit bezeichnen, was der Junge da macht. Weil ich habe natürlich alles, was ich da verdient habe und ich habe wirklich viel gemacht. Ich habe mehr für meinen Job gemacht als für die Schule, auch dann wieder in neue Technik gesteckt. Und dann ging es immer so weiter. Dann habe ich auf die erste professionelle Kamera gespart. Dann hat man die Kamera gehabt und hat mir gemerkt, ja, aber wie schneide ich denn jetzt eigentlich damit? Und so ging es immer weiter. Aber das ist immer schön behütet in dem Zuhause. Also ich musste jetzt ja nicht gleich, wenn jetzt keine Aufträge reingekommen wären, die nächsten Monate wäre es auch nicht schlimm gewesen, weil ich habe ja noch zu Hause gewohnt. Von daher war das recht einfach, so reinzuwachsen. Ja, ich kann mir das schon so vorstellen, dass der Berti dann in jungen Jahren schon seine Freizeit damit zugebracht hat, mit seinem Hobby. Und alle Freunde mussten mitmachen. Also alle, die mit mir befreundet waren, mussten früher oder später irgendwas mit Film machen. Sehr gut. Für einen Kurzfilm oder für einen Werbefilm. Alle Freundinnen mussten als Darstellerinnen in irgendwelchen Werbespots auftauchen. Und auch alle Freunde und ja. Aber du bist eigentlich noch zur Schule gegangen. Wie liest du denn da dann zu der Zeit? Oder wollen wir das Kapitel überspringen? Ja, jetzt kann ich ja drüber reden. Ich glaube, es gilt als verjährt. Aber als ich dann die Schule verlassen habe, hat man mir gesagt, ja, ich war der Schüler, der Abitur, Abiturrent, der die meisten Fehltage überhaupt jemals in der Geschichte der Schule hatte. Du warst wieder gerade auf Dreh. Ich war wirklich auf Dreh. Und ich war da auch so ein bisschen, ich habe da auch ein bisschen geschummelt. Ich habe mich nämlich immer älter gemacht, weil ich bin dann schon beim Fernsehen gebucht worden. Und ja, ich sah auch ein bisschen älter aus, als ich ehrlich war. Und dann bin ich schon vom Fernsehen gebucht worden. Obwohl ich noch nicht mal 18 war. Ich hatte immer Sorge, dass ich irgendwann mal Auto fahren müsste. Das war meine große Sorge. Aber ich war dann beim Fernsehen und alle dachten, ich bin 24, war aber 17. Und da hatte ich natürlich dann Aufträge. Und da hat natürlich auch keiner gewusst, dass der Junge eigentlich noch zur Schule geht. Und so habe ich, dann während die anderen im Klassenzimmer saßen, war ich unterwegs und habe Fernsehbeiträge gedreht. Wahnsinn. So, aber von da bis... Und einmal, das muss ich noch erzählen, einmal kam dann irgendein Disponent und hat gesagt, also ich habe da neulich jetzt mal, da war so hier ein Tag der offenen Tür und da war jemand und hat erzählt, dass er dich kennt und dass er mit dir in die Schule, in die gleiche Klasse geht. Und ich war dann so schockiert und dachte, oh Gott, jetzt fliegt alles auf. Und habe dann gesagt, nee, nee, das ist mein kleiner Bruder. Ach so, dein kleiner Bruder. Ach, der macht auch Filmen. Ja, 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 aber der geht noch zur Schule. Und so konnte ich das dann ausräumen. Da musste ich echt, da musste ich ein bisschen flunkern. Aber du hast keine Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. Leider nein. Dafür habe ich jetzt vier Kinder. Ja, auch reichlich. Sehr gut. Und ja, erzähl noch ein bisschen von deiner Reise, weil heute dein Studio mit mehreren Mitarbeitern und internationalen Projekten, da ist ja noch viel dazwischen passiert. Ja, also ich wollte eigentlich zum Film und habe auch dann während der Schulzeit und kurz nach der Schulzeit auch alles dafür getan, um eigentlich zum Film zu kommen. Nämlich, ich habe ganz viele Kurzfilme gedreht mit anderen zusammen, meine eigenen Projekte, aber auch oft ganz manchmal nur Kamera. Und das war auch ein guter Weg, weil du kommst dann auf Filmfestival, dann gewinnt der Film mal einen Preis und so. Das ist natürlich schon ein guter Einstieg. Es war aber so, dass ich natürlich auch immer, ja, immer noch eine bessere Kamera und noch was Besseres haben wollte. Und dann wurde das immer teurer. Und dann war natürlich die Verführung schon groß, als das Fernsehen mich dann immer häufiger gebucht hat. Dann auch irgendwann mit der eigenen Kamera. Also nicht nur als Kameramann, dann auch als Kameramann, dann als Team. Und das waren in den 90ern, waren das echt so auch noch die guten Zeiten beim Fernsehen. Und ich bin dann ganz schnell, hat es geheißen, magst du nicht nach Berlin kommen? Wir hätten hier ganz viel Arbeit für dich. Dann bin ich gleich nach dem Abitur, bin ich dann nach Berlin umgezogen. Und da war es dann ganz wild. Da bin ich dann in die goldenen Jahre der Privatfernsehzeit gekommen. Und da waren ständig neue Projekte. Also ich erinnere mich nochmal, das war so, du wusstest in der Früh nicht, wo du am Nachmittag hinfliegst. Also in der Früh rufen die dich an und sagen, kannst du nach Mallorca fliegen? Kannst du nach Hawaii fliegen? Kannst du da hinfliegen? Und das habe ich dann alles mitgenommen. Und dann bin ich irgendwie so ein bisschen aus dieser Kurzfilmszene leider rausgerutscht, weil ich immer abgesagt habe. Oder ich musste dann plötzlich sagen, nee, ich bin jetzt noch auf Dreh, ich kann nicht zum Dreh kommen. Ihr müsst jemand anders finden fürs Wochenende. Und dann bist du irgendwann da draußen. Und dann war ich wirklich richtig tief beim Fernsehen drinnen. Dann bin ich irgendwann nach Köln umgezogen, habe dann ganz, ganz viel für RTL gemacht. Auch tolle Sachen wie zum Beispiel Live die Lust zu leben. Das war ein Format mit Birgit Schrowange oder Formel Exklusiv. Und da bist du wirklich ganz viel gereist. Und das war auch so ein Kinderwunsch. Filme machen und reisen. Und ich bin wirklich so viel umhergereist. Also in Afrika, ganz viel in Amerika. Ich konnte mir so viel anschauen und bin in so viele coole Geschichten reingekommen. Habe tolle Leute kennengelernt. Das war natürlich eine extrem spannende Zeit. Und parallel war es aber auch so, dass ich durch Zufall zu den Autos kam. Also eigentlich war es so, dass ich für ein Automagazin gedreht habe. Das war das Sat.1-Automagazin, das es damals gab. Und da habe ich mit einem Redakteur und einem Kameraassistenten, wir haben eigentlich ganz viele so Autoneuvorstellungen gedreht. Irgendwo ein neues Auto drehen. Das waren immer so Einladungen von den Herstellern. Dann ist man hingeflogen, durfte dann zwei Tage das Auto drehen. Und wir haben halt immer irgendwelche Geschichten gemacht. Und ich habe mir versucht, immer einen neuen Look einfallen zu lassen. Also ich wollte immer, also ich habe versucht mit diesen Fernsehbeiträgen schon möglichst, ja fast schon so ein bisschen TV-Werbung zu drehen. Also ich habe es immer versucht, dass das besonders schön aussieht. Damals konnte ich noch sehr viel auch gleich am Dreh mit Filtern in der Kamera umstellen. Denn heutzutage machen wir ja eigentlich alles in der Post-Production. Aber damals haben wir ganz viel, ja ich habe in der Kamera herumgespielt und den Sachen wirklich einen speziellen Look gegeben. Und das ist doch irgendwann aufgefallen. Und dann kam der erste Kunde und das war Porsche. Und die haben gesagt, wir haben jetzt hier ein ganz neues Auto. Das war 2000. Das ist noch sehr geheim. Das wird der erste SUV von Porsche. Das war der Karriere. Und für den wünschen wir uns was ganz Besonderes. Wir möchten eine Langzeitbegleitung drehen, wie dieses Auto entwickelt wird. Also über zwei Jahre habe ich dann verbracht, dieses Auto zu begleiten, wie das getestet wird. Also in Alaska, in Australien und an allen möglichen coolen Orten wurde dieses Auto wirklich erprobt. Und das war mein erster von Porsche bezahlter Auftrag. Und das war ziemlich cool. Ich habe dann auch gleich geschnallt, okay, alles klar, das ist alles nochmal eine Stufe größer hier. Ja, die achten auch darauf, dass alles cool aussieht. Also wenn du gesagt hast, ich würde gerne morgen um 5 Uhr in der Früh bei Sonnenaufgang drehen, dann war das kein Problem. Dann standen die ganze Mannschaft um 5 Uhr in der Früh da und haben bei Sonnenaufgang gedreht. Das war mit den Fernsehleuten ein bisschen schwieriger. Die haben erst mal gedacht, 5 Uhr bist du verrückt, kannst alleine drehen gehen. Aber das hat mich natürlich extrem beeindruckt. Und dann ging es wirklich los mit den Autos. Dann habe ich immer mehr gemacht. Dann habe ich erst so für Agenturen gearbeitet. Also als Kameramann bin ich dann eingekauft worden und habe alle möglichen Projekte gemacht. Also für ganz viele unterschiedliche Hersteller habe ich gedreht. Bis dann 2009 es geklappt hat, dass auch ein Hersteller direkt mal bei mir angefragt hat. Also man kann halt sagen, dich hatte halt deine kindliche Neugierde und mir kommt es so vor wie mit einer spielerischen Art dich halt wirklich in Flugzeuge rund um die Welt getrieben. Und du hast sicherlich viele spannende Menschen und Locations kennengelernt. Ich habe als Kind wirklich, und ich mache es heute noch, ganz viel Tag geträumt. Also ich habe mir alles so vorgestellt. Und mir war es auch nie langweilig, weil ich konnte mir immer irgendwas vorstellen. Ich habe mir als Kind schon vorgestellt, irgendwann später hast du mal eine Firma mit Mitarbeitern und dann machst du Filme. Und das machst du jeden Tag. Weil es war natürlich so, meine Mama und mein Papa haben natürlich auch Gespräche mit mir geführt. Magst du nicht Lehrer werden? Weil wenn du ein Lehrer bist, dann hast du ja die Sommerferien. Und da kannst du ganz viel Filme dann drehen. Und ich dachte mir immer, was reden die denn da? Wieso soll ich Lehrer werden, um dann in den Sommerferien Filme drehen zu können? Da kann ich doch gleich Filmemacher werden und immer Filme drehen, nicht nur in den Sommerferien. Und da habe ich aber immer schon davon geträumt. Und ich merke oder ich habe gemerkt, das war mir damals noch nicht so bewusst, aber jetzt so im Nachhinein, dass alles, was ich mir als Kind vorgestellt habe, dass das heute wahr geworden ist. Manches, was ich mir nicht so genau vorgestellt habe, ist auch ein bisschen ungenauer geworden. Aber dieses viele Reisen, das war immer ein großer Wunsch von mir. Das ist genauso eingetroffen. Das ist genauso geworden, dass ich ganz viel umherreise. Und das ist auch etwas, was mich heute immer noch glücklich macht. Ob im großen Team oder alleine, ich bin wirklich gerne unterwegs. Und man lernt, wenn man offen ist, so viele tolle Leute kennen. Also allein, was ich an Leuten auf Reisen oder allein schon im Flugzeug so spannende Leute kennengelernt habe, mit denen ich teilweise heute noch Kontakt habe. Und wenn ich irgendwo hinkomme, dann schaue ich, wen kenne ich da. Und dann treffe ich mich mal immer mit jemandem. Und das ist sehr erfüllend. Wo warst du in den letzten Wochen, Monaten so? Was waren so Highlights? Also ich war jetzt in den letzten Wochen in New York, in Los Angeles, in Las Vegas. Und jetzt nächste Woche bin ich in Dubai. Wenn man auf Reisen ist, man bekommt so viel Input. Es ist unglaublich, was alles, also das füttert mein kreatives Ich extrem. Sachen zu sehen, Los Angeles zum Beispiel ist für mich eine Stadt, die ist so geladen mit kreativer Energie. Da sind so viele gute Leute. Und wenn man sich mit denen unterhält und so, da entstehen so viele Ideen. Oder auch diese ganzen Billboards. Oder auch unterschiedliche Restaurants, die cool sind. Oder es ist so viel, was da für mich wichtig ist, dass ich wirklich das inhaliere, wenn ich unterwegs bin. Und auch sehr genieße und dann das mitnehme und dann auch wieder gerne zurück ins Studio komme. Und das, was ich draußen erlebt habe, hier versuche in Ideen umzusetzen. Vom Kameramann zum Freelancer und unternehmerischen Ambitionen bis hin zu einer Produktionsfirma. Also eigentlich, ja, Kameramann, ja, ich bin natürlich dann reingerutscht, weil beim Fernsehen war es halt einfach als Kameramann am leichtesten zu kommen, nicht als Regisseur. Das war viel schwerer. Und eigentlich war aber mein Kindheitstraum eigentlich immer Regisseur zu sein und das zu machen. Und Kamera habe ich eigentlich aus dem Grund gemacht, weil ich ja als Kind einfach niemanden hatte, der die Kamera gemacht hat. Und weil ich auch gerne alles selber in der Hand haben wollte. Also ich mag das gerne auch manchmal alles selber zu machen. Ich mag auch gerne schneiden. Ich kenne beim Schneiden natürlich auch meine Grenzen. Aber ich beherrsche gerne alle Skills, die ein Filmemacher haben soll. Und ich finde auch, dass es wichtig ist, alles zu können. Und für mich gehört Kamera einfach dazu. Kamera hat sich dann aber über die Jahre schon sehr, sehr ausgebaut. Und es ist für mich auch halt das wichtigste Mittel, weil ich habe wirklich, wenn ich die Kamera selber mache als Regisseur, habe ich die schnellste Möglichkeit, auf irgendetwas zu reagieren. Für mich sind es ganz oft die Momente, die man nicht planen kann, die dann so toll sind und so echt, dass sie in den Film kommen. Und deswegen ist es für mich wichtig, weil ich kann ganz schnell blitzartig entscheiden, okay, das ist so. Und ich weiche von meinem eigentlichen Plan ab und folge jetzt dem, was da gerade passiert. Was die Schauspieler gerade machen oder was die Talents vor mir gerade machen, dass das jetzt plötzlich sich verändert und dann kann ich das ganz blitzschnell entscheiden. Da muss nicht erst ein Regisseur wieder mit dem Kameramann sprechen. Das ist alles in einer Person. Und deswegen ist es für mich die richtige Entscheidung. Ich habe auch schon mal so gearbeitet, dass ich nur Regie gemacht habe und nicht Kamera. Und da tue ich mir sehr schwer damit, weil ich schon auch so gestrickt bin, dass ich, ich muss die Sachen komplett unter Kontrolle haben. Das ist, was für mich wichtig ist, was manchmal auch schwierig ist. Denn ich habe eine sehr klare Vision von etwas. Ich weiß, ich höre eine Geschichte oder ich denke mir eine Geschichte aus und sehe automatisch die Bilder dazu. Und dann muss ich diese Bilder auch irgendwie so aus meinem Kopf rauskriegen. Und dazu bin ich sehr stringent und verfolge das dann auch. Und wenn ich dann jemand anderen habe, der eine andere Vision hat und Sachen anders macht, dann tue ich mir sehr schwer. Früher ging das gar nicht. Jetzt mit zunehmendem Alter merke ich, dass ich dann doch es schaffe, darüber nachzudenken, ob diese Vision vielleicht nicht auch manchmal besser ist als die eigene, um das abzugleichen. Aber generell tue ich mir schwer, wenn ich nur einen Teil, also nur eine Aufgabe in der Hand habe. Also heute zutage zum Beispiel nur Kameramann zu sein, da tue ich mir echt schwer. Ich muss immer das große Ganze im Blick haben. Sonst kann ich, glaube ich, nicht voll performen. Da drängen sich mir ganz viele Fragen gleichzeitig auf, aber ich versuche das mal ein bisschen chronologisch abzuarbeiten. Kameramann, das hast du dir selber angeeignet. Also du hast das quasi Learning by Doing, du hast ja, ich weiß nicht, YouTube-Tutorials gab es damals noch nicht? Nee, gab es damals alles nicht. Nee, ich habe wirklich ganz viel ausprobiert. Dann habe ich jedes Buch, was ich damals so in die Hand bekommen habe, habe ich irgendwie verschlungen. Ich habe auch ganz viele amerikanische Bücher gelesen. Ich habe schon mit ganz jungem Alter, habe ich den American Cinematographer abonniert gehabt, eine Fachzeitschrift vom amerikanischen Kameramannverband. Und da habe ich mir raus, weil da haben die darüber geschrieben, welche Filter sie benutzt haben und mit welchen Kameras und mit welchem Filmstock gearbeitet haben. Und in meinen Möglichkeiten habe ich halt versucht, das alles für mich auszuprobieren und nachzumachen, ja, nachzumachen, aber auch immer abzuändern. Und für mich war wichtig, immer eine eigene Kamera zu haben, weil nur dann, also dieses, was viele immer gesagt haben, du brauchst doch jetzt nicht so eine teure Kamera. Du kannst dir die doch mieten, wenn du einen Auftrag hast. Das hat für mich nicht funktioniert, weil ich wollte halt rund um die Uhr mit dieser Kamera spielen, testen, ausprobieren. Und das ging nur, wenn du die selber besitzt. Und was ich noch gemacht habe, ich habe mir, ich habe irgendwann entschieden, dass Uni nicht das Richtige für mich ist. Ich habe das ausprobiert, aber das ging mir viel zu langsam. Das war dann erst mal in der Gruppe und hier und das war, für mein Tempo war das nicht geeignet. Aber was ich dann gemacht habe, ich habe mir teure Seminare geleistet. Also ich bin dann nach Los Angeles geflogen und habe ein Lichtseminar beim American Cinematographer Verband gemacht. Und da waren Top-Kamera-Leute und die haben Leuchten erklärt. So was habe ich mir geleistet. Statt Universität habe ich gedacht, das ist für mich der schnellere Weg. Und das war mit Reisen verbunden. Toll, wohin kommen, tolle Leute kennenlernen und trotzdem ganz schnell ganz viel Wissen einatmen. Also alles nachvollziehbar, wie du, also du visualisierst sehr stark, schon in der Planungsphase und hast die Dinge dann selber gerne im Griff, weil du dann weißt, so kriegst du am ehesten deine Vision in die Bilder umgesetzt. Letztlich schneidest du, montierst du die Bilder im Schnitt dann auch selbst oder holst du dir da dann wieder? Also ich habe eine Vision oder eine Story, aber ich habe gelernt über die Jahre, dass tolle Cutter mit einer anderen Vision vielleicht nochmal rangehen. Und manchmal habe ich auch angefangen, gar nicht denen zu viel zu sagen, sondern die auch erstmal machen zu lassen, weil ich gesehen habe, da kommen manchmal richtig, richtig noch tollere Sachen raus, weil die nochmal andere Skills haben im Schnitt. Und das ist, ja, also Filme machen ist Teamarbeit. Und wenn jedes Gewerk seinen, ja, seinen kreativen Input noch dazu gibt, dann wird das Ganze immer, immer reicher an Ideen. Und das ist toll und das ist genauso im Ton. Also auch im Ton auf Ideen von einem Tonmeister zu achten, der auch nochmal spezielle Ideen hat, auf die ich gar nicht so komme. Ich bin eher ein visueller Mensch, weiß aber, wie wichtig der Ton für einen Film ist und da bin ich zum Beispiel total froh über jeden Input, der die Geschichte besser macht. Und ich habe mal einen Eiskletterfilm gedreht und da hat der Tonmann ganz viele Eistöne aufgenommen und die hat er überall dazu gemischt. Auch wenn es gar nicht jetzt im Bild war, aber er hat dieses Geräusche, das Eis macht, überall mit reingemischt und das ist unglaublich gut geworden. Und das ist halt das Schöne an unserem Beruf. Wenn hier die Gewerke gut zusammenarbeiten, dann wird das Ding immer, immer besser. Ja, also es gibt ein sehr schönes Bild von dir als Visionär, als kreativer Mensch, der gerne gestaltet und Dinge entwickelt. Unternehmer sein ist ein anderer Schnack nochmal. Mit Angestellten, es geht auch um administrative Dinge, es geht um steuerliche Betrachtungen, auch du kommst nicht ums Finanzamt umhin und all diese Dinge. Wie gehst du damit um? Fällt dir das leicht? Macht dir das Spaß? Ja, also die Zahlen hin und her zu buchseln, das ist nicht das, was ich am schönsten finde. Und da bin ich wirklich darauf angewiesen, dass ich Leute habe, die mich da unterstützen. Also ich habe das auch phasenweise immer alleine gemacht. Ich habe auch mal den Weg verlassen und habe mich komplett da extern begeben. Da bin ich unglaublich auf die Nase gefallen. Also da musste ich viel Lehrgeld zahlen, da habe ich mich auf Finanzberater verlassen und Steuerberater verlassen. Und die haben mich da tief reingeritten. Das war was, wo ich sagen würde, auch als Ratschlag für alle anderen, diese wirklich wichtigen Entscheidungen zahlen, da muss man nach seinem Bauchgefühl gehen. Mein Bauchgefühl war damals nicht machen, aber ich habe dann gedacht, naja, du bist halt immer so vorsichtig und mit diesen Dingen. Und das ist auch nicht dein Bereich, den du wirklich richtig kannst. Mach du lieber Filme und lass andere die Finanzen machen. Das war keine gute Entscheidung. Aber jetzt zum Beispiel mit dir als Herstellungsleiter ist das was, wo ich mich wirklich, das ist wichtig für mich, da fühle ich mich sicher, dass ich weiß, wie genau du auf alle Zahlen und Parameter schaust in so einem Projekt. Und ich weiß, dass ich selber diese Skills nicht unbedingt selber habe oder zumindest, ich kann sie verfolgen, aber dann nimmt es mir viel Zeit von meiner kreativen Arbeit und ich mache es auch nicht wirklich gerne. Und deswegen bin ich froh, dass wir hier so diese Aufteilung haben. Du bist der, der die Zahlen im Blick hat, der aber auch alle Gewerke im Blick behält. Auch wenn jetzt, also ich habe die Gewerke sehr genau im Blick, wenn es um den Film geht. Und du hast die Gewerke auch darüber hinaus sehr genau im Blick. Wie geht es wem, was macht jeder? Und das ist halt wichtig, dass man das so aufteilen kann. Dann sind wir auch viel effektiver, weil ich mache genau das, wofür ich jeden Tag von früh bis spät brenne. Ich arbeite auch gerne und viel, aber halt gerne das, was ich mag, nämlich das Filme machen und Storys ausdenken. Also so wie im Schnitt, in bestimmten Bereichen suchst du dir halt Leute, die den Teil vielleicht anders angehen würden, sich darauf fokussieren. Und tatsächlich, ja, ich mache das auch sehr gerne. Aber wir sind ja heute im Business Date, um dich kennenzulernen. Und ja, das ist halt eben eine Facette, über die man ja mal reden muss. Also du hast halt unternehmerische Höhen und Tiefen durchlebt und die haben dich sicherlich auch bewegt. Und umgetrieben. Ja, es ist aber so, dass das, also es gibt natürlich Höhen und Tiefen. Aber was ich auch gelernt habe, ist, dass man, dass es zum Beispiel erst vorbei ist, wenn man aufgibt. Wenn du nicht aufgibst und auch wenn es noch so aussichtslos scheint und du einfach weitermachst, dann geht es auch weiter. Also wir hatten ja schon die Situation, wo wir dann nicht wussten, weil wir haben ein Gebäude gebaut, was ein Totalschaden ist. Und da wusste ich, dann musste die Firma von heute auf gleich, war dann in einer Lagerhalle. In einer wirklich 3000 Quadratmeter Lagerhalle saß dann die komplette Firma. Und da haben wir eineinhalb Jahre zugebracht. Aber es ist da dann trotzdem weitergegangen. Einfach, weil ich mir gedacht habe, okay, und da hat mir auch meine Frau sehr geholfen, die hat gesagt, jetzt mach einfach weiter. Denk nicht an morgen und an übermorgen und an das, sondern mach jetzt einfach nur das, was heute ansteht und das machst du. Und das hat mir dann wirklich sehr geholfen. Ich wusste da teilweise nicht mehr, wie wir das alles handeln haben sollen, weil wir hatten einfach nicht mehr so die Infrastruktur. Und auch vom Studioplatz, das war alles schwierig. Aber wir haben einfach weitergemacht, Stück für Stück. Und plötzlich war dann der Film fertig und der war auch fertig und das war fertig und es ging weiter. Und das ist für mich das große Learning, wenn man in einer blöden Situation ist, trotzdem einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Ja, also wie ich es verstehe, du hast auch als Unternehmer ein privates Umfeld, eine Familiensituation, die dich auch in schwierigen Zeiten trägt. Und auch darüber könnte man nochmal in Ruhe eine eigene Podcast-Reihe machen über die Lebenspartner und Lebenspartnerinnen im Hintergrund, die UnternehmerInnen stützen, auch in schwierigen Zeiten. Ich bin, glaube ich, auch bestimmt nicht leicht so. Also mich zu handeln, das bedarf schon einiges. Also meine Frau muss da auch einiges aushalten. Ja, aushalten. Ich bin halt auch ganz oft, auch am Wochenende, denke ich dann über irgendeinen Film nach und dann bin ich manchmal total abwesend, mache dann irgendeinen Quatsch. Ja, weil ich halt nie, ich bin nie ganz raus aus der Firma. Die ist immer, und ich glaube, das kennt jeder Unternehmer, die ist immer irgendwie da. Und da ist doch nochmal ein Anruf oder ich schreibe die ja auch ganz oft nochmal. Oder wenn irgendeine Idee kommt, dann kann ich die nicht einfach jetzt einsperren. Die muss dann auch aufgeschrieben werden oder jemand anders mitgeteilt werden. Das ist, glaube ich, nicht so leicht. Und die Kinder sagen auch oft, ja, du arbeitest so viel. Meine große Tochter zum Beispiel, die hat auch gesagt, ja, ich will den Beruf nicht machen, weil ich will mal nicht so viel arbeiten wie du. Es hat sich jetzt geändert. Jetzt ist sie beim Theater und will Theaterregie machen. Und das ist genauso zeitintensiv wie Filme machen. Aber ja, es ist, glaube ich, nicht so leicht mit mir. Naja, aber es klingt nichtsdestotrotz nach einer in deiner Relation ausgewogenen Work-Life-Balance. Ja. Aber es scheint auch so zu sein, dass dich etwas vorantreibt oder antreibt. Bist du, würdest du sagen, du bist ein unruhiger Geist, der, oder anders, vielleicht anders gefragt, was treibt dich denn eigentlich an? Also, wenn du morgens aufstehst und nur wenige Stunden geschlafen hast, viel gereist bist, wieder in einem anderen Bett aufwachst. Ich will, alleine. Ich will Geschichten erzählen mit Filmen. Und das treibt mich ganz, ganz schlimm an. Und ich, wenn ich mir früher mal Urlaub gewünscht habe und wir haben dann Urlaub gemacht, zum Beispiel mit meinen Jungs, mit meinen Freunden und waren auf Ibiza oder so, dann lag ich ungefähr 15 Minuten am Pool und danach bin ich schon wieder rumgetigert und dann kam ich zurück und habe gesagt, also, da hinten kann man Surfbretter leihen, da drüben kann man Banana Boat fahren, da kann man mit so einem Gleitschirm fliegen und da kann man das machen. Ich würde das alles drehen. Wollen wir das machen? Und alle haben immer gesagt, oh Gott, das gibt es nicht. Ja, also ich kann nicht so wirklich ruhig sitzen bleiben. Das konnte ich früher in der Schule nicht. Das war schon schlimm. Und ich bin in der Schule auch immer in Takträumen versunken, übers Filme machen, weil ich mir dann vorgestellt habe, wenn ich jetzt nicht hier sitzen müsste, was ich dann cool ist, da draußen machen könnte. Und heute ist es noch genauso. Also ich, ja, was produzieren, was drehen, das ist ganz, das erfüllt mich. Ich finde es toll, wenn aus einzelnen Bildschnipseln und O-Tönen irgendwann ein Film entsteht, der flüssig ist, den man gerne anschaut und der eine Geschichte erzählt oder auch ein Produkt von seiner besten Seite zeigt, dass man nachher sagt, boah, weil ich das gesehen habe, habe ich jetzt richtig Bock auf das oder möchte dieses Auto fahren, weil die, ja, das war so schön in dem Film oder so. Das hat mich so, das erfüllt mich. Das erfüllt mich. Sowas zu tun und sowas zu machen ist, da kann ich, da werde ich nicht müde. Und ich mag das im Kleinen wie im Großen. Ich mag manchmal auch einfach so, habe ich total Spaß, einen kleinen YouTube-Film alleine zu drehen. Ich drehe, ich spreche, ich denke mir die Geschichte aus, ich schneide es, ich vertone es und ich lade es hoch. Alles in einem. Das ist auch manchmal wichtig für mich, dass ich alles mache und nicht nur immer in einem großen Team arbeite. Wobei ich das schon auch schätze, dass ich das Glück habe, mit einem großen Team zu arbeiten, weil man natürlich so viel mehr produzieren kann und viel mehr schaffen kann im Team. Und wie vorhin schon gesagt, viel mehr kreativer Input noch dazu kommt. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, auch Sachen alleine zu realisieren. Sehr spannend. Was produziert denn die Kruppag Media? Was ist denn das Angebot von Kruppag Media oder das Spezialgebiet? Also die Kruppag Media produziert eigentlich alles, was audiovisuelle Medien sind. Also das geht los vom Radiospot bis hin über den Social-Media-Clip. Auch Footage. Footage ist, wenn man es kurz erklärt, ist einfach Rohmaterial. Schön gemachtes Rohmaterial, wo natürlich alles weggeschnitten ist, was nicht dazugehört. Was man dann dem Kunden zur Verfügung stellt, der da wiederum draus das an die Presse geben kann oder an wen auch immer. Also wenn man quasi Footage dreht von etwas, wo man noch gar nicht den Film im Kopf hat, aber man dreht zum Beispiel die Eröffnung oder den Bau eines neuen Werks, dann macht man im ersten Schritt einfach mal, generiert man Rohmaterial. Und daraus kann man dann schönes Footage machen und im Nachhinein kann man sich dann da immer wieder bedienen für verschiedene Filme. Das machen wir. Wir machen aber auch Erklärfilme, Unternehmensvorstellungen, Recruitingfilme und im Highlight machen wir Online-Werbung und TV-Werbung. TV-Werbung ist ja immer schon noch so das Größte, Höchste, wo die meiste Qualität gefordert ist. Was aber mittlerweile auch jetzt schon, jetzt ist es eigentlich egal, ob der Film im Fernsehen läuft oder als Online-Werbespot. Also wenn man dieses Level, aber die Qualitätsstufe von der TV-Werbung hat, würde ich sagen, ist das schon noch so das Höchste. Dann machen wir auch noch Dokumentarfilm und ja, ab und zu auch Support für Spielfilme, dass wir quasi Teile zuliefern, Second Units sind oder unser Studio hier zur Verfügung stellen für Spielfilmproduktionen. Tolles, breites Spektrum. Live-Aufzeichnungen machen wir auch, also zum Beispiel Pressekonferenzen, die live aus unserem Studio gesendet werden oder aufgezeichnet. Auch Produktpremieren live aus dem Studio. Das war während Corona, war das sehr wichtig für uns und hat uns auch sehr geholfen, dass wir da dann aus dem Studio live Weltpremieren von Autoreleases gemacht haben. Wie findest du deine Kunden? Wie findet dein Kunden dich? Wie akquirierst du oder wie hat sich, was denkst du ist dein wichtigstes Mitbringsel, warum dich das alles so Stück für Stück hat wachsen lassen? Also ich habe da ehrlich gesagt von Kunden Feedback bekommen, die mir gesagt haben, als ich mal so gefragt habe, was denn unsere USPs sind. Und einer davon haben sie gesagt, du bist eine inhabergeführte Produktionsfirma. Du bist nicht eine Produktionsfirma, wo irgendjemand, der im Hintergrund gibt das Geld, irgendjemand sitzt da und verwaltet die und irgendjemand macht dann Filme. Sondern du bist deine Firma und da sind ganz viele noch mit dabei. Aber wenn man bei dir einen Film macht, dann machst du den und dann bist du auch mit dabei. Und das ist ein USP von dir. Weil du wirst immer alles tun, weil es dein höchstes eigenes Interesse ist, dass die Firma gut läuft, dass auch die Produkte gut sind. Und das, glaube ich, ist auch unser Rezept. Wir versuchen immer, das Maximale für den Film zu geben. Und so sind all unsere Kunden seit Jahrzehnten bei uns. Also wir haben natürlich auch immer wieder neue, aber die bleiben dann auch. Also es ist nicht so, dass wir mal Kunden haben, die nur ein, zwei Aufträge bei uns machen und dann hört man die nicht mehr. Also Kunden sind immer über einen ganz langen Zeitraum bei uns. Und das ist toll. Ja, also es ist ja ein ganz starkes Commitment und ein ganz tolles Kundenversprechen, Inhaber geführt. Ich kümmere mich selber drum ums Projekt und stehe da mit Haut und Haaren hinter. Das merkt man auch in jeder deiner Aussagen. Also wenn ich uns an den Anfang unseres Gesprächs kurz zurückerinnere, mit vier Jahren mit der Kamera in der Hand, ja, das ist Berti Kropatsch. Ja, es ist natürlich auch nicht leicht, weil man, es gibt natürlich auch dann mehrere Produkte gleichzeitig und manchmal, wenn man dann nicht im kompletten Produktionsschritt an jedem Meeting teilnehmen kann, ist es auch manchmal schwierig. Und dann kommt manchmal schon auch die Frage, wieso ist jetzt Berti gar nicht dabei? Weil, ja, der dreht gerade da und da. Es ist schon auch immer so ein Balance, weil wie viel kann man machen, wenn das so auf mich zugeschnitten ist. Und ich denke jetzt mit zunehmendem Alter schon auch, dass ich gerne, und das machen wir jetzt auch schon, dass wir junge Regisseure mit ranholen, dass wir gucken und dann erstmal gemeinsam Filme machen. Das haben wir jetzt auch für Playmobil schon gemacht. Und das ist auch was, wo ich manchmal auch sage, okay, das war jetzt eine ziemlich coole Idee, die hatte ich nicht. Und das ist toll. Und so kann ich mich langsam an das gewöhnen und die anderen auch. Und das ist schon auch, glaube ich, wichtig für die Zukunft, um da nicht nur immer auf mich fixiert zu sein. Ja, und ehrlicherweise, das wird nicht nur dir so gehen, sondern auch vielen anderen Unternehmern gibt es immer viele junge Leute, die auch wirklich interessiert lernen wollen und sich entwickeln möchten und halt bereit sind, dafür auch viel zu geben. Ja, und wir haben hier, also unser Team ist, da sind viele junge Leute dabei und das ist ein unglaublich tolles Team, das auch jetzt über sehr lange Zeit gewachsen ist. Und das ist sehr cool, wenn man jetzt sieht, dass die Leute jetzt eigene Filme machen und eigene Sachen. Ich höre so ein bisschen raus, zugunsten von mehr Wachstum öffnest du dich auch ein Stück weit. Du sagst, ja, ich komme jetzt auch in so ein Alter, wo du dir denkst, ja, aber ich muss nicht unbedingt noch alles selber, also schon die Kontrolle haben und Qualitätsgarant. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich möchte jetzt mehr im Liegestuhl liegen. Das halte ich, wie gesagt, ja immer nur 15 Minuten aus und dann muss ich wieder losgehen. Aber ich würde gerne schon noch die Firma noch breiter aufstellen, als sie jetzt schon ist, noch mehr machen und ich sehe auch, dass man gerade jetzt mit KI und den neuen Themen, das ist nicht mehr so, du hast jetzt eine Kamera und die kann plötzlich statt HD plötzlich 4K und 6K. Du musst dich in diese Themen noch intensiver einarbeiten und noch mehr gucken, wie du da auch Connections schaffst mit anderen Partnern. Und weil dieser ganze KI-Bereich, den kannst du jetzt nicht einfach als Produktionsfirma jetzt noch on top machen. Du kannst natürlich schon die Tools benutzen, aber wenn du da tiefer einsteigen willst und vielleicht mal daran denkst, da jetzt auch Ideen umzusetzen für Software, für Apps, dann muss man da viel mehr Zeit investieren und sich mit Leuten treffen, Ideen wälzen. Und dazu brauche ich einfach Zeit und die würde ich gerne dafür nutzen. Toll. Nochmal kurz ein paar USBs, wollen wir noch ein bisschen was rauskitzeln im Vergleich zu, weil es gibt ja auch andere Produktionshäuser, es gibt auch andere Studiobetriebe in Deutschland, es gibt auch andere Regisseure und Kameramänner, die sich halt in dem Bereich Automobil beispielsweise vorgearbeitet haben. Gibt es so ein paar Punkte, die du sagst, ja, da hast du einen Vorsprung? Also wir haben natürlich einen Vorsprung dadurch, dass wir eine Produktionsfirma sind, die alles in-house hat. Wir haben eine komplette Kameraabteilung mit allem, was man sich eigentlich so vorstellen kann. Von Optiken über unterschiedlichste Kameras für jede Situation. Wir haben Camera-Cars, wir haben Drohnen, Unterwasserkamera. Also das ist schon mal was, was wir können von jetzt auf gleich, können wir zum Flughafen fahren, losfliegen und wir müssen nichts mieten. Wir können sofort los und sofort einen Film machen. Wir haben auch ein eigenes Studio, speziell für Autos, aber auch für andere Dinge. Es ist ein Soundproof-Studio, ist auch nicht jedes Studio. Also hier ist absolut schalldig, du kannst O-Töne aufzeichnen, kannst draußen baggern oder der Zug vorbeifahren oder ein Flugzeug drüber fliegen. Da hörst du innen nichts. Also das ist ein Live-Studio, das ist sehr qualitativ hochwertig gebaut. Wir haben eine große Drehscheibe, die ist sehr praktisch, wenn du Auto drehst, weil ein Auto im Studio immer umwenden, umparken, das kostet dich unglaublich viel Zeit, schon allein. Weil du stellst die Räder immer ganz genau ein und dass die Logos gerade sind und dann, wenn du alles umfährst, dann fängst du immer wieder bei Null an. Das kostet dich wahnsinnig viel Zeit, da ist so eine Drehscheibe Gold wert. Wir haben einen großen Deckensegel, ohne sowas geht es auch nicht. Dann haben wir eine große LED-Wand, mit der wir Virtual Production machen können. Das heißt, statt Greenscreen haben wir jetzt eine LED-Wand und spielen die Hintergründe gleich live an. Das hat unglaublich viele Vorteile, gerade bei Autos, wo du Fensterscheiben hast und Gläser, wo es Reflexionen gibt. Das ist mit Grün immer ein großes Problem. Das kannst du hier super realistisch gleich in der In-Camera, so nennen wir das, wenn du es drehst und es ist fertig, herstellen. Das ist ein USP. Wir haben eine eigene Postproduktion. Also Sachen werden im Studio gedreht und die Speicherkarte wird sofort in den Schnitt eingeladen. Und wir haben manchmal auch Produktionen, wo parallel schon geschnitten wird. Das ist sehr gut. Wir haben eine Grafik. Wir machen Computeranimationen. Und so, ja, wenn du natürlich, also das hat einen Vorteil, dass wir das Projekt sehr schnell und sehr qualitativ hochwertig in einer Firma abbilden kannst und realisieren kannst. Das ist toll. Andere Firmen, die alles extern machen, können natürlich, wenn sie so Stück für Stück die einzelnen Units immer zukaufen, natürlich noch viel größere Projekte machen. Weil sie dann halt gezielt dann mal ein 60-Mann-Team nur für CGI dazu mieten. Wir haben jetzt hier kein 60-Mann-Team rumsitzen. Aber das ist halt die Frage. Wir können trotzdem innerhalb von schnellster Zeit, in kürzester Zeit so einen Dreh realisieren. Und es ist alles aus einem Haus mit einer Handschrift. Das ist auch sehr wichtig. Mit wie vielen festen Mitarbeitern? Zehn. Zehn. Und dann gibt es projektweise wahrscheinlich. Genau. Großen Stamm Freier, die wir aber eigentlich alle sehr gut kennen. Und wo man auch genau weiß, der kann richtig gut das. Dafür ist der unser Mann. Und der kann das. Und der ist der Perfekte für das. Und wir kennen uns halt einfach auch schon seit vielen Jahren. Ich bin halt heute Morgen über einen Artikel gestoßen. Da ging es um Cyber Security. Und auch in den Nachrichten wird es jetzt mit China und Industrie-Spionage immer wieder thematisiert. Ist das ein Thema bei dir? Oder für die Firma? Ja, es ist ein großes Thema. Aber in erster Linie gar nicht jetzt für uns. Also jetzt, ich weiß nicht, was man bei uns ausspionieren sollte in Sachen, wie wir Filme machen. Oder da gibt es ein paar kleine, wenige Sachen. Aber nicht jetzt wirklich was, was auch am Ende geschäftsschädigen würde, wenn uns das einer klauen würde. Aber warum es so wichtig für uns ist, ist, wenn wir Produkte von Kunden im Haus haben, die uns vertrauen und sagen, dieses Produkt ist etwas, das möchten wir erst dann und dann kommunizieren und wir möchten alles unter Kontrolle haben. Ich habe öfters erlebt in der Automobilbranche, wenn Autos zu früh geleakt wurden, was dann alles durcheinander kommt. Weil es ist ja ein ganz langer Prozess, in dem alles definiert ist, wann wird das auch so zum ersten Mal kommuniziert, wann wird es verkauft, wann ist das, wann beginnt die Produktion. Das ist ja genau aufeinander abgestimmt. Und wenn durch ein Leak sowas früher rauskommt, bringt es die komplette Kette durcheinander und ganz viele Menschen bei so einem Automobilhersteller haben plötzlich, müssen Tag und Nacht arbeiten, um das alles wieder irgendwie schön aufzureihen. Und diese Leaks sind passiert nicht bei mir, da hatte ich immer Glück. Auf meinen Drehs ist noch nie irgendwas passiert, aber ich habe mitbekommen, dass sowas passiert ist. Und allein deswegen haben wir viel Geld da auch investiert, um uns da sicher aufzustellen mit Firewalls und jeder hat hier so eine Karte, hier so einen Chip. Bei uns geht keine Tür ohne Chip auf, du musst dich mit zwei Faktoren-Dentifizierung an jedem Rechner anmelden. Es wird alles genauestens überwacht. Wir haben hier super gute Alarmanlagen in jedem Raum, Dutzende Bewegungsmelder und dies und das. Dass wir hier sicher aufgestellt sind, wir haben Stahltüren an entscheidenden Orten, dieses Studio ist fast wie ein Bunker, du kommst nicht da einfach rein. Und das ist, glaube ich, das ist wichtig für die Kunden und damit können wir halt unser Vertrauen, dass sie uns entgegenbringen, bestätigen oder im Gebühren zahlen, dass wir das ernst nehmen, was wir da machen. Habt ihr da irgendwelche Zertifikate? Wir haben das TSACs-Label mit AL3 und genau, das ist so für ein Label der Automobilindustrie. Wir nehmen aber die gleichen Maßstäbe auch jetzt für andere Produktionen an. Also nicht nur für Automobil, sondern einmal das gemacht, dann gilt das jetzt für all unsere Kunden. Und das ist manchmal auch gar nicht so leicht, weil Kunden das gar nicht verstehen, warum wir jetzt dann irgendwas verzippt mit einem Passwort schicken und denen nicht einfach so einen Link zuschicken. Manchmal muss man das auch erklären, aber dann ist das meistens ganz schnell gut. Toll. Ja, ich glaube, wir nähern uns allmählich dem Ende. Wenn auch mich noch interessieren würde, wo siehst du dich und die Firma Copagnia in zehn Jahren? Ja, also ich habe immer gesagt, wenn ich ein James Bond gedreht habe, dann habe ich alles geschafft, was ich schaffen wollte. Das weiß ich jetzt nicht so. Ich sage ja, weil meine Frau sagt ja immer, nee, wenn du jetzt sagst, du schaffst das nicht, dann schaffst du das sowieso auch nicht, weil dann redest du es dir auch ein. Ich lasse es nochmal offen mit dem James Bond, aber da ist es natürlich dadurch, dass ich Werbung mache und so überhaupt nicht Spielfilm, ist das ein bisschen schade. Also ich würde schon gern noch wirklich Spielfilm, weil die Zeit dazu haben, Spielfilm zu drehen. Das würde mir großen Spaß machen. Und ich würde auch gerne noch Copagnia Los Angeles eröffnen. Also ein Büro oder ein zweites Studio in Los Angeles haben, das wäre auch noch ein Ziel. Und ja, einfach weiterhin coole Projekte machen. Und dazu gehört halt auch immer zu gucken, was ist gerade State of the Art. Also mich fasziniert es halt einfach mit dem Neuesten immer zu arbeiten. Das war immer schon so, das hat früh begonnen. Ich war einer der Ersten in Deutschland, der auf HD die ganze Firma umgestellt hat. Das weiß ich, dass ich da der Erste war, weil Sony auch gesagt hat, hier, das ist die erste HD-Kamera, die wir in Deutschland ausliefern. Wir haben noch keine Kamera ausgeliefert und das war 2003. Und dann habe ich das mit 4K gemacht. Wir haben das erste Fußballspiel für Sky in 4K aufgezeichnet. Wir haben dann High Frame Rate gemacht mit 50p. Wir haben 3D-Filme gedreht. Und jetzt arbeiten wir mit Virtual Production, machen uns Gedanken, wie wir den besten, coolsten Content für VR-Brillen generieren. Und einfach da zu schauen, immer dran zu bleiben. Das ist das, was ich auch weiterhin möchte für die Firma. Aber Ziel, ja, Spielfilm noch und das Büro in Los Angeles eröffnen. Ja, viele Träume und Ziele. Ich nehme mit, du hast dich von Kind auf um die Welt geträumt und dabei viele Leute mitgenommen und viele Visionen verwirklicht. Ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Es war ein tolles Business Date mit dir, Berti. Dankeschön. Und das war sehr spannend und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Dankeschön. Ich hoffe, du bleibst dabei bei der Zukunft von Copa Media. Natürlich, bei den Perspektiven, Michael.